Was ist mit Ralph? Ist er im Scheiß beim Mutterdreieck? Die Scheiße mit seinem Jungen. Er ist toll abgetaucht, nehm ich an. Ich sag euch, falls ich es nicht besser wüsste... Wir reden hier inoffiziell, Albert. Wir reden hier inoffiziell? Es war Tony. Was? Lege ich etwas schief? Willst du eine ehrliche Antwort? Ich weiß es nicht. Ich geh schiffen. Das ist ein übles Ding, mein Guter. Versteh mich nicht falsch. Ich würde nicht mal pissen auf Ralph, wenn er in Flammen steht. Aber einen umlegen wegen einem Gaul. Wie abgefuckt ist das? Wenn es Ihnen passiert ist, kann es jedem passieren. Was kommt als nächstes? Wirst du ausgeknipst, weil du falsche Schuhe trägst? Was kannst du tun? Tony ist der Boss. Ist eine jahrhundertealte Tradition. Das ist ja der springende Punkt. Falls Tony es tatsächlich getan hat, Ralph umgelegt hat, wegen so einem scheiß Gaul, dann ist Syl der erste Kerl in der Schlange, um Tony auszuknipsen.